Die Gruppe jener Menschen, die die Gefahr des Coronavirus leugnen, wird kleiner, aber offenbar auch radikaler. Bei Hausdurchsuchungen in mehreren Bundesländern hat die Polizei Waffen und Munition gefunden. Eine Gruppe verdächtiger Männer hat sich im Internet über Baupläne für Bomben und den Kauf von Waffen unterhalten. Unter anderem wollten sie bei Demonstrationen mit Molotow-Cocktails auf Beamte losgehen. Laut Polizei gibt es Verbindungen zur rechtsextremen Szene. Bilder von der Demonstration der Corona-Kritiker und Maßnahmengegner letzten Samstag. Die Bilanz, elf Festnahmen und über 400 Anzeigen. Wie bekannt wurde, hätte es auch schlimmer ausgehen können. Einen Tag vor der Demonstration stellt die Polizei bei Razzien in mehreren Bundesländern Faustfeuerwaffen und Munition sicher. 27 Männer hatten sich in einer verschlüsselten Jet-Gruppe unter anderem über den Bau von Splitterbomben und Molotow-Cocktails unterhalten, so Innenminister Karl Nehammer. Bei sieben wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Ziel dieser Gruppierung war es, eine paramilitärische Gruppe zu bilden, mit dem Ziel, bei einer Demonstration, die am 15. Mai stattgefunden hat, dann dort vor Ort die Polizei anzugreifen. Laut Innenministerium ermittelt die Staatsanwaltschaft Ried, die Männer seien geständig. In Haft befinden sie sich derzeit nicht. Die hohe Zahl an Sicherstellungen von Munition und Waffen sind für den Terrorismusforscher jedenfalls ein deutliches Alarmsignal. Dass man Exekutivkräfte mit Molotow-Cocktails bewerfen wollte, Spritzpistolen umfunktionieren wollte, zu Flammenwerfern, dann verheißt das schon ein sehr konkretes Ziel. Wir sind gerade in dem Bereich leider an der Schwelle zum Terrorismus angelangt. Gegen drei der Hauptorganisatoren der Corona-Demos wird mittlerweile wegen verschiedener Delikte ermittelt, darunter Wiederbetätigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. ... ...